Herzlich willkommen zum Video. Heute geht es um das Thema, warum du trotz der Angst handeln solltest und warum eine Situation, in der es eigentlich ganz gut läuft, schlechter werden kann, ja, aber viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, besser zu werden. Und ja, warum du dafür einfach keine Angst haben solltest, dass es auch mal schlechter werden könnte, weil es wird im Regelfall eh besser. Also viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch wieder am Start. Hallo. Und wir haben heute das Thema, ja, trotz der Angst handeln, weil ganz viele Handwerker sind in der Situation, die wissen, es gibt bestimmte Zustände oder Dinge in meinem Unternehmen, Zustände könnte man auch sagen, wenn ich eigentlich nicht zufrieden bin. Hast du da mal ein Beispiel für? Ja, ein Beispiel ist, dass du sagst, du hast 20 Mitarbeiter und eigentlich weißt du, du könntest ein paar mehr Leute abholen, wenn du digital arbeiten würdest. Aber du hast Angst, von den 20 Leuten auch nur ein oder zwei zu verlieren, weil du digital arbeitest. Das heißt, du hast immer Angst, dass der jetzige Zustand schlechter wird, obwohl, ich sag mal, du bist hier, so viel Schlechteres möglich ist, so viel Besseres möglich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende halt besser wird, ist halt viel, viel, viel größer, wenn du es richtig angehst. Das Gleiche ist auch beim Thema Preise oder so, oder beim Thema Positionierung. Exakt, um den Preis zu erhöhen, was halt sinnvoll ist, wo ich dann vielleicht ein paar weniger Kunden habe, aber dafür insgesamt mehr verdiene, bleiben die meisten meinem niedrigen Preis. Oder Positionierung, ja, ich könnte mich auf das fokussieren, wo ich mehr, wo ich vielleicht was lukrativeres mache, aber dann fallen ja die ganzen anderen Sachen noch weg, die dann sozusagen, aber dein Unternehmen könnte es quasi nach vorne katapultieren, diesen Schritt nach vorne zu gehen, statt sozusagen dieses kleine bisschen zu verlieren. Exakt. Sozusagen die Angst, dieses kleine Stückchen zu verlieren, ist größer als dieses riesige Stück an Möglichkeit zu gewinnen. Und das ist auch die Idee davon. Also die Idee ist wirklich zu sagen, ich bin bewusst bereit, in Kauf zu nehmen, dass bestimmte Punkte schlechter werden, weil ich das große Ganze besser aber haben möchte. Und wie gesagt, ganz viele sind dieser Schockstarre, die sagen, ja, ich habe meine Probleme, die werden aber schlimmer, wenn das und das passieren sollte. Die werden aber auch schlimmer, wenn du nicht versuchst, zum Besseren zu kommen, weil es dann zwangsläufig schlechter wird. Du bist aktuell auf so einer Kurve. Es geht langsam nach unten, wenn du nichts machst. Jetzt hast du Angst, du machst was und es geht so nach unten. Aber wenn du nichts machst, geht es auch nach unten. Dann dauert es halt nur länger. Wenn du aber was machst, hast du die Wahrscheinlichkeit, klar, es kann nochmal ein Stück nach unten gehen, aber es wird insgesamt nach oben gehen. Weil alleine dadurch, dass du an Dingen arbeitest, kriegst du ja wieder Erfahrungen. Du kriegst wieder Dinge mit, die funktionieren, die nicht funktionieren. Und lernst dadurch dazu. Und am Ende sind Erfahrungen die Dinge, die uns als Menschen halt ausmachen. Ja, irgendwann staut sich auch so eine gewisse Angst sonst an, gewisse Entscheidungen zu treffen, wenn man die die ganze Zeit sozusagen auf die lange Bank schreibt. Wenn du die ganze Zeit halt Entscheidungen triffst, die können mal sozusagen kurzfristig vielleicht eine negative Auswirkung haben. Aber wenn du davon überzeugt bist oder glaubst, dass es dann langfristig besser ist, selbst wenn es dann nicht so ist, dann hast du trotzdem halt bewusst diese Entscheidung getroffen und gesagt, gut, ich trainiere mich als Unternehmer sozusagen darin, auch mal harte Entscheidungen zu treffen und auch mal ins Risiko vielleicht zu gehen. Weil die meisten Änderungen, die ich mache, sind sehr, sehr wenige Änderungen, sind nur sozusagen Türen, die nur einmal aufgehen, die du nicht wieder zurückgehen kannst, sondern die meisten Türen, die kannst du reingehen und auch wieder zurückgehen. Ich mache mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist ein BV-Vertrieb, der jetzt gerade eine Abschlussquote von 15% hat. Der weiß selbst, 15% ist nicht gut. Der weiß, andere in dem Markt, denen geht es gerade genauso schlecht, das ist immer das große Problem. Es gibt ja Leute, denen geht es genauso schlecht. Der weiß aber auch, dass an sich der Standard eher 30, 40% sein sollte, wenn nicht sogar besser eher 50, 60, wenn man richtig gut ist. Und natürlich nicht auf jede Anfrage, nur auf qualifizierte Anfragen. Und jetzt sagt der ja, das, was du erzählst, macht Sinn. Ich könnte den Vertrieb auch so umstellen. Das klingt doch erstmal alles sinnvoll. Was, wenn ich danach bei 10% bin? Und das ist eine Frage, das ist natürlich, das kann man nicht entkräften. Klar, kann sein, dass du danach auf 10% fällst, weil der Markt noch beschissener wird. Eigentlich wärst du bei 5 gewesen, dann bist du zumindest bei 10. Das weiß man aber alles nicht. Und hinterher ist man immer schlauer so ungefähr. Also faktisch gesehen, diese 15% in Kauf zu nehmen und darauf zu verzichten, mehr zu machen, nur weil ich Angst vor den 10% habe, die vielleicht kommen könnten, die vielleicht aber auch kommen, wenn ich nichts ändere, ist halt das, was die meisten abhält. Ein zweites Beispiel, Unternehmen, 30 Mitarbeiter im Fertigungsbereich. Die haben die Situation, die sind ganz schlecht digitalisiert, wissen die selbst. Die wissen selbst, da ist ganz viel Potenzial. Jetzt sagen die, wir haben einen riesigen Mitarbeitermangel. Wenn wir jetzt noch anfangen zu digitalisieren, gehen uns vielleicht noch 2-3 Leute, dann kommen wir gar nicht mehr hinterher. Da meinte ich, ja, ist korrekt, vielleicht gehen 2-3 Leute. A, werden sowieso jedes Jahr bei 30 Leuten 3 gehen. Statistik, 10% gehen, im Regelfall jedes Jahr Fluktuation, ganz normal. Auf der anderen Seite kommen vielleicht aber 6 neue, weil die sehen, ey, die digitalisieren. Ich habe Bock, bei einer digitalen Fertigung zu arbeiten und nicht bei einer typischen Papierfertigung, wo ich die ganzen Zettel hin und her gebe, noch irgendwelche Ölflecken drauf sind und so. Die nächste Person, Problem, alles zu lesen, zum Vormann wieder rennen. Muss super viel Arbeitszeit sinnloserweise aufgebraucht, würde ich nicht das Gehalt verdienen können, was möglich wäre. Und das gibt es auch, diese Seite. Aber die Seite wollen viele nicht sehen oder wollen viele schon sehen, aber sehen viele als nicht wahrscheinlich als die erste Sache an. Warum auch immer. Weil im Regelfall eine Änderung, wie Marvin schon meinte, im Wurstkist das Ergebnis mitbringt, dass es so nicht funktioniert, vielleicht auf einen anderen Weg gehen muss. Nur diese Schackstache ist gerade ein ganz großes Problem, weil ganz viele Betriebe unter ihren Möglichkeiten bleiben. Wissen, es würde besser gehen, aber es einfach nicht machen. Und unser Appell an dich jetzt einfach, überleg dir doch, wie kannst du einen Weg finden, wo du ein geringes Risiko eingehst. Zum Beispiel, was ich denen gesagt habe in der Fertigung, nehmen da erstmal die 3-4 Leute, die eh Bock auf Digitalisierung haben und digitalisieren deren Bereiche. Dann sehen die anderen schon mal, geht das, geht das nicht. Da hast du kein Risiko bei, weil die wollen das ja eh machen. Und die gehen wahrscheinlich sogar eh, wenn du es nicht machst. Ist verständlich. Trotzdem haben natürlich Leute immer wieder Angst, aber da muss man drüber stehen irgendwann. Mut ist ja am Ende. Nicht keine Angst zu haben, sondern am Ende trotzdem Angst zu handeln. Um mal jetzt irgendjemanden zu zitieren, der es irgendwann mal gesagt hat. Faktisch gesehen ist es aber so. Und diesen Mut muss man als Unternehmer einfach sehr, sehr oft häufiger mitbringen, als jemand, der im Angestelltenverhältnis ist. Der auch, wenn er Fehler macht, trotzdem sein Gehalt am Ende des Tages halt bekommt. Und ja, das ist aber dafür auch die Seite, wo wir als Unternehmer einfach mehr Möglichkeiten haben, wenn wir dieses Risiko häufig eingehen und häufig auch richtig liegen, auch mehr zu verdienen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wenn was für dich dabei war, gerne einmal kommentieren. Vielleicht gerne auch bei Situationen, wo du dir unsicher warst, gerne einmal drunter schreiben. Sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020